In diesem Video geht es um die besten Fischfinder. Der Qualitätssieger in unserem Fischfinder-Test geht an den Deeper Pro Plus. Im Handumdrehen erkennen Sie die Tiefe eines beliebigen Punktes, indem Sie ihn auswerfen. Es ist schneller und verursacht weniger Störungen als die Verwendung eines Marker-Flots. Kurbeln Sie Ihren Deeper Pro Plus langsam und gleichmäßig ein, um verschiedene Merkmale zu Vegetationsbereiche zu finden und die Bodenkontur, Härte und Konsistenz zu erkennen. Mit den Funktionen, die auf Ihrer Karte angezeigt werden, verschwenden Sie kein Futter und wertvolle Zeit auf unproduktiven Plätzen. Füttern Sie einfach die besten Plätze und warten auf den Biss. Finden Sie heraus, wie sich die Tiefe an verschiedenen Stellen ändert und suchen Sie nach Stellen, wo der Karpfen steht. Der Deeper Pro Plus hat eine Wurfweite von 100 Metern und scannt bis zu 80 Meter tief. Verwenden Sie den breiten Sendekegel, um weite Bereiche abzudecken und wechseln Sie dann zum schmalen Kegel, um genauere Details zu erhalten. Planen, erfassen und analysieren Sie bevorstehende Angelausflüge und erstellen Sie Ihre persönlichen Tiefenkarten. Greifen Sie mit Hilfe der Fish Deeper App sowie der zugehörigen Web-Plattform von jedem beliebigen Gerät aus auf Ihre Daten zu und analysieren Sie sie. Werfen Sie einfach aus, kurbeln langsam und gleichmäßig ein und erstellen Sie detaillierte Gewässerkarten live auf Ihrem Smartphone-Bildschirm. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Deeper Start. Auswerfbares Gerät zur Lokalisierung von Fischen. Leichtes Gewicht für bequemes Auswerfen, schlankes Design für leichtes Einholen. Keine Kabel oder extra Batterien erforderlich. Hervorragend für Familienausflüge und Angeln mit Freuden als Freizeitspaß geeignet. Generiert sein eigenes WLAN. Weder mobile Daten noch Internet erforderlich. Automatischer Nachtangel-Modus. Jeder Scan wird automatisch mit Zeit- oder Ortsangabe gespeichert. Fischfinder zeigt Aufenthaltsorte, Größe, Wassertiefe, Untergrundbeschaffenheit und Vegetation über die Fish Deeper App an. Die App steht kostenlos zum Download zur Verfügung und ist sowohl mit iOS als auch Android-Geräten kompatibel. Auswerfbar auf bis zu 50 Metern bei einer maximalen Tiefe von 50 Metern und einem 40 Grad Scharnstrahl für Genauigkeit und optimale Abdeckung. Jeder Scan wird mitsamt Zeit- und Ortsangaben automatisch gespeichert. 6 Stunden Batterielebensdauer bei 2,5 Stunden Ladedauer. Basic-Modus mit einfachen Anzeigen und RAW-Modus mit detaillierten, ungefilterten Sonardaten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fishfinder-Test ist der Lucky Fishfinder. Der Fishfinder mit 2,4 Zoll LCD-Bildschirm kann unter Wasserkonturen, Wassertiefen, Wassertemperaturen und Fischgrößen mit der Tiefe erkennen und anzeigen. Es hat zwei Benutzer Modi Wireless Simulation. Sie können alle Funktionen im Simulationsmodus ausprobieren und im drahtlosen Modus fischen gehen. Der Sona-Sensor mit Fisch-attraktive Lampe macht es einfacher, Fische zu erkennen. Es hat eine transparente Ersatzabdeckung, sodass Sie sehen können, wo der Sensor auch im Dunkeln ist. Der Tiefenfinder unterstützt den kabellosen Betriebsbereich von 60 Metern, die Tiefenerkennung von 40 Metern. Sie können auf verschiedene Arten angeln gehen, wie zum Beispiel Eisfischen, Flussangeln, Meeresangeln, Angeln vor der Küste, Kajakfischen oder Angeln in der Nacht. Empfindlichkeit, Bildschirmhelligkeit, Tiefenbereich, Zoom, Tiefenalarm, Fischalarm, Fischsymbol zu erkennen, Einheiten ändern und Sprache wählen. Sowohl der Fischfinder als auch der Sensor sind wiederaufladbar. Mit USB-Kabel zum Aufladen. Der Handheld kann 4 Stunden mit voller Ladung dauern und der Sona-Sensor kann 10 Stunden voller Ladung dauern. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.